Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Wahnsinn dafür, dass ich ein oder zwei Busfahrersteine kaufen möchte. Also das wollte ich euch mal erzählen, so als kleine Geschichte, wie Digitalisierung auch einfach nur das Erlebnis zerstören kann. Und genau dieses Erlebnis habe ich auch, und da ist Vollautomatisierung in Prozessen einfach auch ein Verhinderer, dass sich Startups und Investoren wirklich finden können. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute mit der Schlagzeile Genius Alliance Space Gründer und Investorennetzwerk erhält großes Update. Ich hatte euch ja in einer der vorangegangenen Podcast-Folgen erzählt, dass ich eine Überraschung habe. Und heute ist der Tag, oder auch die Podcast-Folge, um euch davon zu erzählen, was ändert sich bei uns und welche Auswirkungen hat das auf dem Podcast. Doch bevor ich auf das Problem eingehen möchte, was wir in der Startup-Szene gefunden haben und was wir gerne lösen möchten, muss ich euch unbedingt eine Geschichte erzählen. Total lustig. Stellt euch vor, für zwei meiner Kinder wollte ich eine Fahrkarte bestellen. Das ist so ein 365-Euro-Ticket. Damit können die mit einem Bus über verschiedene Dorfgrenzen hinaus in die Schule fahren. Und ich war total begeistert, denn die haben angeboten, ihr könnt auch ein digitales Ticket haben. Also man kann dann über deren App das Ticket auf dem Handy zeigen. Ich habe mich dann sehr aufwendig über die Website eingelesen in diesem Prozess und habe mir gedacht, okay, wie schwierig kann das Ganze sein? Dann habe ich den Prozess, den Bestellprozess gestartet und habe mich dann durch verschiedene Seiten durchgewühlt bis an dem Punkt, wo mir dann gesagt wurde, ich müsste so ein Antragsformular vor der Rückseite einscannen, also abfotografieren und dann entsprechend hochladen. Also technisch überhaupt kein Problem. Also fotografieren ist ganz easy und das Hochladen auch. Nur lag mir dieses Formular nicht vor und ich wurde erst so im fünften oder sechsten Schritt darauf hingewiesen, also wo ich die ganze Arbeit schon gemacht habe. Und ich hatte aber nur den Ausweis meiner Tochter. Und dieser Ausweis war halt nicht das Formular. Also habe ich da angerufen und gesagt, ich bin gerade hier mitten im Bestellprozess. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht ab. Ja, ich habe mir voll viel Arbeit gemacht. Jetzt wollen die von mir ein Formular. Das habe ich nicht. Ich habe jetzt nur den Ausweis. Kann ich den vielleicht kopieren und da hochladen? Und die sagen, überhaupt kein Problem. Weiß ich Bescheid. Machen Sie das. Scannen Sie da oder fotografieren Sie es ab und laden Sie es hoch. Dann habe ich das gemacht und dann war der Bestellprozess fertig und man konnte dieses Ticket noch nicht sofort benutzen. Man wurde höflich darauf hingewiesen, dass da noch jemand drauf gucken muss, um das freizugeben. Aber das dauert nur wenige Werktage, dann könnte man über dieses Ticket verfügen. Es war eine Vollkatastrophe. Also man wurde bombardiert mit irgendwelchen E-Mails, mit irgendwelchen Prozessen, die da im Hintergrund stattfinden. Das waren alles Informationen, die überhaupt nicht wichtig waren. Und dann habe ich da wieder angerufen und habe gesagt, hey Leute, wie komme ich denn jetzt an mein Ticket? Also gekauft, bestellt, bezahlt, alles fertig. Wie komme ich jetzt an mein Ticket? Da habe ich gesagt, ja, da müssen Sie in der App, da habe ich dann zehnmal irgendwo hinklicken müssen, wo kein Mensch klicken würde, um mich dann irgendwo einloggen zu können, um das Ticket dort zu haben. Ich habe den Prozess geschafft. Und ich bezeichne mich so als Menschen, der digital sehr affin ist. Also ich kann mich sehr schnell in irgendwelche Menüstrukturen oder Navigationen oder so oder Funktionalitäten von Softwareapplikationen reindenken. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber dieser ganze Bestellprozess inklusive Anrufe und dergleichen, das war schon über eine Stunde Arbeit. Also dafür, dass ich einen Fahrschein kaufen möchte. Ja, einen Fahrschein, ein Ticket für den Bus. So, ich war stolz. Meine Tochter hatte ihr Handy mit der App, mit dem Ticket und das hat auch wunderbar funktioniert. Sie ist, glaube ich, heute immer noch nicht zufrieden mit dem Foto, was ich dann von ihr sehr spontan gemacht habe, was sie jetzt immer dem Busfahrer zeigen muss. So, und dann kam mein Sohn an die Reihe und ich war natürlich, ich habe gesagt, hey, ich habe zu meiner Frau Katharina gesagt, Katharina, ich mache das. Ich habe mich in den Prozess eingearbeitet, ich kann es in der Hälfte der Zeit schaffen. Brauchst du nicht machen, ich mache das. So, also ich hänge mich wieder voll rein in diesen Prozess, bin natürlich im Turbo unterwegs, weil ich das alles schon mal gemacht habe und komme wieder an den Punkt, wo dieses Dokument verlangt wurde. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe ja angerufen, ich brauche das ja nicht, weil auch mein Sohn hatte so einen Ausweis, der mit diesem Formular beantragt werden musste. Dieser Prozess hat schon stattgefunden. So, ich also das Ding fotografiere, den Bestellprozess ab. Ich glaube, ich habe es in 20 Minuten geschafft. Ja, so. Also ich musste ja nicht telefonieren oder sonst irgendwas. Nach 20 Minuten war das erledigt. Wieder bekam ich so einen Schwung E-Mails, nichtsagend, bis auf eine einzige E-Mail, die da drunter war, die mich dann so ein bisschen nervös werden ließ und die dann sagte, ihre Bestellung konnte nicht ausgeführt werden, weil dieses besagte Formular fehlt. Bitte reichen Sie das nach und wiederholen Sie den Bestellprozess. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, Leute, wir haben doch den Bestellprozess das vor ein paar Tagen schon gemacht mit meiner Tochter. Jetzt ist mein Sohn dran. Und die Dame am Telefon meinte so zu mir, wie alt ist denn Ihr Sohn? Er sagt, er ist 16. Meine Tochter ist 14, er ist 16. Ah, da haben wir doch schon das Problem. Er ist 16. Ab 15 brauchen Sie nicht nur den Ausweis, sondern Sie müssen auch dieses Formular haben. Also wohl bemerkt, es ist ein Formular, mit dem ich einen Ausweis bestelle. Den Ausweis habe ich, aber ich muss das Formular auch einscannen. Keine Ahnung, wo das Formular ist. Den Ausweis hat er seit einem Jahr. Aber es ist kein Problem. Ich habe gefragt, wo kriege ich denn das Formular her? Und das Formular kriege ich in der Schule. Die wissen da Bescheid, die kennen sich aus, die müssen da irgendwie die komplette Rückseite ausfüllen und nicht vergessen den Stempel. Es ist so geil, dass dieser Stempel immer noch so wertvoll gehandelt wird. Okay, also ich voller Frust musste meinem Sohn sagen, du fährst weiterhin mit einem viel teureren Ticket, weil wir das ja tagesaktuell dann kaufen dürfen. Bitte bring von der Schule dieses Formular mit. Und das Formular wurde dann in der Schule nicht sofort gefunden. Es war dann doch nicht so ganz klar. Also man wusste nicht so ganz genau, wie das Formular aussieht, was man da genau ausfüllen muss. Irgendwie hat es dann geklappt. Irgendwie konnte ich dann auch das Ticket nochmal bestellen. Aber allein dieser Zeitaufwand, dieser Prozess, dieses Onboarding, Wahnsinn dafür, dass ich ein oder zwei Busfahrersteine kaufen möchte. Also das wollte ich euch mal erzählen, so als kleine Geschichte, wie Digitalisierung auch einfach nur das Erlebnis zerstören kann. Und genau dieses Erlebnis habe ich auch, und da ist Vollautomatisierung in Prozessen einfach auch ein Verhinderer, dass sich Startups und Investoren wirklich finden können. Ich kann das natürlich sehr professionell und vollautomatisiert abbilden. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich bin ein Verband, ein Netzwerk an Investoren. Ich kann auf meiner Website ein PDF, ein Word-Dokument zum Download anbieten. Die Startups füllen das schön aus, schicken wir das zurück und ich schicke das automatisiert an einen Verteiler von, was weiß ich, die mehreren hundert oder tausend Investoren oder Business Angels. So. Wie spannend ist das für das Startup? Wie spannend ist das für die Investoren, die das ja irgendwie validieren müssen? Die müssen ja irgendwie sagen, okay, jetzt kriege ich hier so 50 E-Mails pro Monat, die muss ich ja alle screenen, die muss ich ja alle sichten. Ich muss ja feststellen, ist das jetzt ein spannendes Investment oder eben nicht. Und was alle Investorengespräche, die ich so geführt habe, um das mal herauszufinden, eint, ist, dass sie gesagt haben, was das Wichtigste für uns ist, ist dieses Zwischenmenschliche. Ist das Team? Funktioniert das Team? Ist das Team komplementär, zum Beispiel in den Kompetenzen und in den Prozessen? All das ist das superwichtige Entscheidungsgrundlage. Es gibt diesen schönen Satz, ein erstklassiges Team kann eine zweitklassige Geschäftsidee zum Erfolg führen. Das heißt, wie wichtig ist denn dieses Persönliche, dieses Nahbare, dieser intime Austausch mit den Menschen dahinter? Das kann ich niemals über eine Word-Vorlage oder ein PDF-Formular oder es gibt ja auch diese Plattform, auf der du so eine Anzeige erstellst. Machst ein hübsches Bild rein, lädst deinen Pitch-Deck hoch, ein paar Finanzkennzahlen, USP und so. Also das ist alles vom Prozess her prima automatisiert. Also die Plattformbetreiber, die sagen, hey, mein Konzept hat einen schlanken Fuß. Das Erlebnis ist aber grottenschlecht und damit verhindern automatisierte Prozesse regelrecht Investitionen in innovative Geschäftskonzepte. Weil ich glaube auch nicht, dass so die Top-Level-Leute, Startups, sagen, ich mache jetzt mal eine geile Anzeige auf irgendeiner Website. Wenn man mal ehrlich ist, oder? Die hustlen da durch. Die bauen sich irgendwie anders Netzwerke auf. Aber so richtig, weiß ich nicht. Können wir ja mal diskutieren. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. unter den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal, ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Wie wollen wir das Ganze nun lösen? Also, Genius Alliance Space ist quasi unsere Online-Plattform für die Genius Alliance GmbH. Genius Alliance GmbH ist ein Start-Up Accelerator, das heißt, mit dem, was wir in den letzten Jahren gebaut haben, an Netzwerken von Investoren, Digital-Experten und anderen Start-Ups, anderen Gründer und Gründerinnen, das alles wollen wir in einem Universum zur Verfügung stellen und dieses Universum heißt Genius Alliance Space. Vielleicht wird es irgendwann mal so ein Metaverse. Da können wir nochmal überlegen, lieber Jakob. So, und in diesem Genius Alliance Space kannst du dich kostenfrei anmelden. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Das ist uns wichtig, dass du auf dieser Plattform unsere Podcasts anhören kannst, dass du unsere Blogartikel lesen kannst, den ein oder anderen Workshop, ich glaube, wir haben jetzt einen Finanzworkshop diese Woche, die du reinziehen kannst. Also, all das kostenfrei auf der Plattform verfügbar. obendrauf kannst du noch eine Mitgliedschaft in eine oder mehrere unserer Communities haben, wenn du möchtest. Da gibt es zum Beispiel die Genius Alliance Community, wo sich die Startups generell austauschen, ihre Geschäftskonzepte hin und her schicken und sagen, hey, kann man uns mal draufschauen, könnt ihr mal ein Feedback schicken zu dem Teil, was fehlt euch hier noch, ist das verständlich. Ja, also hier tauschen sich Startups aus. Dann ein ganz neues Thema, mir persönlich auch ein sehr wichtiges Thema ist das ganze Thema Female Alliance. Da engagieren wir uns für Gründerinnen. Wir wollen speziell Gründerinnen verhelfen, Investoren zu finden. Wir wollen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt, gleichgestellt sind bei den Investoren und deswegen gehen wir hier ganz speziell mit dieser Initiative Gas und Gründerinnen zur Seite zu stehen und davon natürlich nicht vergessen, den Markenrebellen mit der Markenrebell Community. Hier geht es um das Thema Branding, Podcasting im Digitalvertrieb. Super spannend, das Thema. Es sind aber nicht die einzigen Communities, sondern es werden mehr dazukommen, wie zum Beispiel Startbahn 27. Das ist eine Initiative, ist ein Accelerator für Tech-Unternehmen im Kreis Schweinfurt und Umgebung. Also das sind so regionale Engagements, die wir haben. Oder es wird zum Thema Web3 Dezentralisierung eine Community geben, beziehungsweise die gibt es schon. Könnt euch gerne mal anschauen und dort auch gerne Mitglied werden und so weiter und so fort. Also verschiedene Communities zu unterschiedlichsten Themen, die irgendwie alle mit dem Thema Startups und Digitalisierung, Zukunft und so weiter zu tun haben. Und natürlich mit Investoren. Weil es wird auch eine Community geben, die könnt ihr aber nicht sehen, die ist nämlich geheim, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist die Community für unsere Investoren. Also wenn du jetzt ein Investor bist, hier zuhörst, dann ist das vielleicht für dich interessant. Unsere Investoren heißen übrigens Genius Angel und deswegen gibt es die Genius Angel Lounge. Dort stellen wir validierte Startups, die wir kennen, mit denen wir vielleicht gearbeitet haben, die wir gesichtet haben und wo uns auch dann alle Unterlagen zur Verfügung stehen, die stellen wir dort auf die Plattform ein und damit den Investoren und Business Angel vor, die dann mit den Startups Kontakt aufnehmen können. Also das ist so ein, weil es gibt viele Privatinvestoren eben auch und die wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen und deshalb sind die in dieser Plattform sozusagen unter sich und können sich dann über diese Plattform die Startups anschauen. So, dann gibt es natürlich noch den Bereich, der mir persönlich natürlich auch wichtig ist, das Thema Weiterbildung. Die Genius Alliance University steht für das ganze Thema Bildung deshalb, weil wir natürlich wissen und das ist unbestritten, Bildung ist der wichtigste Wachstumsfaktor. So, das heißt, gerade in den einzelnen Gründungsphasen ist es total wichtig, dass Gründer und Gründerinnen, mir ging es damals genauso, vor allen Dingen auf Mentoren zugreifen können, die ihre fachliche Expertise, die ihre Erfahrung weitergeben und deswegen ist für uns das Thema Genius Alliance University auch immer ein Live-Mentoring-Thema, das ist immer der Fokus drauf. Es gibt mal den einen oder anderen Online-Kurs in Ergänzung, aber der Fokus liegt auf die Live-Mentorings, weil wir einfach glauben, dass Wissenskonserven, also wenn du jetzt auf einer Plattform bist, wo du dir nur Aufzeichnungen angucken kannst, dann weißt du halt nicht, wie aktuell ist das Thema. Es gibt Themen, die sind immer brandaktuell, so Persönlichkeitsentwicklungsthemen ganz oft, aber zum Thema Online-Marketing, wenn du da einen Kurs hast, der drei Monate alt ist, dann ist das alles schon wieder hinfällig. Also es gibt immer wieder Themen, die so schnell in Bewegung sind oder mit Michal Menten hatte ich letztens einen Podcast zum Thema, wie kann ich eine Plattform bauen, eine Community aufbauen, die unabhängig funktioniert. Da musst du einfach schnell sein können. Wenn du da ein halbes Jahr brauchst, um dein Produkt zu testen, dann ist das unter Umständen schon veraltet. Also Live-Mentorings, ein super wichtiges Thema. Ich möchte persönlich eine Beziehung herstellen können zu den Mentoren auf der Plattform, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch meine ganz individuellen Fragen loswerden und Antworten bekommen. Und genau deshalb machen wir das Ganze. Also schaut euch die Programme dort gern mal an. Übrigens, alles, was ich hier erzähle, gibt es auch in einem umfassenden Artikel in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also braucht ihr nichts aufschreiben, sondern einfach nur vorbeischauen und euch das Ganze mal anschauen. Es gibt noch einen Service bei uns auf der Plattform, nämlich die Investorensuche. Das ist quasi ein Service, der jedem Startup bei uns auf der Plattform zur Verfügung steht. Also wenn du schon soweit bist, kannst du über eine Online-Anfrage sofort und gezielt das Jeans Alliance-Team losschicken und nach Investoren suchen lassen. Also das mal ausprobieren. Auf der linken Seite ist es, glaube ich, im Menü Investorensuche und dann kannst du das anstoßen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier im Podcast ein paar Änderungen vornehmen. Das heißt, dieser Podcast hier, Startup Your Growth, wird so eine Art Netflix werden. Das heißt, wir werden verschiedene Staffeln mit verschiedenen Episoden haben. Und wir starten mit drei Staffeln. Also einmal den Part Genius Alliance selber, wo wir Interviews führen mit spannenden Startups, spannenden Gründer und Gründerinnen. Es wird die Staffel Female Alliance geben. Da haben wir schon angefangen. Erste Interviews sind ja schon veröffentlicht worden, wo wir versuchen, einmal die Woche wirklich Interviews mit smarten Unternehmerinnen und Frauen in Top-Führungsebenen zu führen und zu veröffentlichen. Und darf natürlich nicht fehlen, der Markenrebell mit dem Thema Branding, Podcasting und Digitalvertrieb. Dafür oder dazu wird es natürlich auch einmal die Woche, vielleicht sogar mehrmals die Woche, eine Folge geben. So, das heißt, ihr habt einfach ein viel breiteres Portfolio und wir hoffen einfach, dass wir mit unseren Themen und dieser Harmonisierung oder Synchronisation Podcast und Plattform einfach euch so wertvollen Content wie möglich anbieten können und vor allen Dingen auch so individuell wie möglich einen Ort schaffen, ein Universum schaffen, ein Space schaffen, in dem ihr euch untereinander vernetzen könnt, also als Startups vernetzen könnt, aber eben auch Kontakt aufnehmen könnt mit den Investoren, die wir an die Plattform anbinden werden oder schon angebunden haben. Dann gibt es noch die Jeans Align Studios zu guter Letzt. Das ist ja unsere Full-Service-Podcast-Manufaktur und hier setzen wir ganz gezielt Podcasts als Vertriebstool ein. Das heißt, vor allen Dingen mit Digitalvertrieb. Ich habe immer so dieses Lieblingsbeispiel. Also, ich kenne noch eine Zeit, in der hast du angerufen, in der Regel kalt, irgendwelche Unternehmen, um die Unternehmen davon zu überzeugen, am Telefon mit dir zu sprechen, weil du ein ganz großartiges Produkt hast. Stell dir vor, du bist am Telefon und rufst sie an und sagst, hey, ich mache das und das und ich würde ihnen das wahnsinnig gerne vorstellen. Ich würde sie wahnsinnig gerne als Kunden gewinnen. Das ist wahrscheinlich das schlechteste Telefonat ever und du brauchst eine hohe Frustrationstoleranz, weil wenn du echt gut bist, kriegst du vielleicht bei zehn Anrufen einen Termin, wo du dann wirklich mal pitchen kannst. Mit einem Podcast ist das ganz anders. Wenn du Leute in deinem Podcast einlädst, also mal angenommen, du rufst zehn Unternehmerinnen und Unternehmer an, dann wirst du in der Regel auch zehn Zusagen zu deinem Podcast bekommen. Es sei denn diesen rigorosen, ich will überhaupt nie in die Öffentlichkeit. Ja, das kann natürlich auch passieren, aber in der Regel freuen sich die Leute da drauf. Und damit hast du die Möglichkeit, wenn es denn ein sympathisches und wertvolles Gespräch für euch beide war, dann auch dein Unternehmen, deine Leistungen, Produkte, Dienstleistungen zu pitchen. Und das natürlich dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene, dass du im Grunde aus einem einzigen oder innerhalb eines einzigen Gesprächs, aus einem kalten Kontakt, ihr habt euch ja vorher in der Regel noch nie gesehen oder gehört, einen warmen Kontakt machst, vielleicht sogar einen sympathischen Kontakt machst, um dann am Ende zu sagen, hey, ich glaube, dass ich eine Leistung habe, die ich dir gerne anbieten möchte, die für dich einen großen Nutzen darstellt. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, denn das Thema Reichweite und Bekanntheit deiner Marke über einen Podcast ist für uns überhaupt nicht relevant. Das ist eher so beiläufig. Das passiert einfach über die Zeit. Aber unser Ziel ist es, mit der Genius Alliance Studios Company dort wirklich für euch so einen Impact zu geben, dass ihr mit dem ersten Interview am besten schon einen Neukunden gewinnt und innerhalb des Interviews einfach auch fragt, hey, kannst du mir drei Leute nennen aus deinem Netzwerk, die hier gut in diesem Podcast passen würden und schon hast du drei neue Leads gewonnen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle den Sack zu. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören, fürs Mitdabeisein, fürs Mithelfen, fürs Teilen. Also wenn du ein anderes Startup kennst, was diesen Beitrag hier wertvoll finden könnte, dann folge unserem Motto Grow by Lifting Others und teile diesen Beitrag oder diese Podcast-Folge. In diesem Sinne, ich freue mich auf Freitag. Freitag spannendes Interview mit Martina Schmiedl. Liebe Grüße an dieser Stelle, an dich Martina. Es war ein Mega-Interview. Sie stellt ihr Startup Aims vor und warum das Interview so spannend war und warum ihr unbedingt reinhören müsstet, das müsst ihr selber rausfinden, indem ihr am Freitag den Podcast anhört. Also, das schon mal vormerken und dann würde ich sagen, hören wir uns am Freitag wieder. Bis zum nächsten Mal.